herzlich willkommen zu halbzeitgedanken dem podcast von und für all diejenigen die mittendrin stehen in dem was man abenteuer leben nennt und ihre geschichte mit uns teilen wollen heute geht es um das thema häusliche gewalt und dazu begrüße ich meinen gast auf den ich mich wahnsinnig freue hallo antje hallo antje wir haben uns auf das du geeinigt vielen dank dafür antje du kommst aus niedersachsen ja da wohne ich seit fünf jahren wo bist du geboren ursprünglich komme ich aus mecklenburg vorpommern aus nördbrandenburg antje das thema ist häusliche gewalt und davon hast du eine ganze menge erlebt und möchtest uns deine geschichte erzählen was genau ist dir passiert ja bis ich mir darüber klar geworden bin dass ich opfer häuslicher gewalt bin hat es ehrlicherweise eine ganze zeit gedauert ja wo fange ich an ich kenne denjenigen eigentlich schon ganz ganz lange weil wir zusammen in eine klasse gegangen sind und wir haben uns vor circa sieben jahren wieder getroffen zwischendurch mal auf klassentreffen ganz nett unterhalten waren früher zwar in einer klicke aber nie irgendwie liiert ja und er hat sich damals noch in meiner letzten trennung ja ganz nett angeboten mir einen schrank aufzubauen und daraus hat sich dann nach und nach eine beziehung entwickelt also es war nicht liebe auf den ersten blick nein war es nicht was hat hat ihn ausgemacht er war lustig als ich ihn kennengelernt habe hilfsbereit nett zuvorkommend ja und hat mich auch zum lachen gebracht auf jeden fall also das humor ist wichtig ja hast du gedacht es ist der mann fürs leben nein das habe ich nicht das hat sich erst ja nach und nach zu einer beziehung entwickelt man war der erste moment als du gesagt hast hier geht irgendwas schief ich habe ja jetzt lange zeit gehabt mehr darüber gedanken zu machen und einmal ging schon was schief bevor ich überhaupt hierher gezogen bin für ihn also da hat man aber gedacht okay das war eine einmalige sache und da konnte ich das ehrlicherweise auch noch nicht wirklich einordnen und ja nachdem ich dann vor über fünf jahren hierher gezogen bin ging es aber relativ schnell los dass so die täglichen dinge des lebens des haushalts zum problem gemacht worden was genau ist passiert ja zum beispiel eine spielbürste die nicht an der richtigen stelle war im waschbecken flog mir um die ohren schuhe die im weg standen flogen mir um die ohren ich wurde ja gemaßregelt für irgendwelche sachen die ich falsch gemacht habe im haushalt und ja das war aber leider oder was heißt leider war ein seichter einstieg aber das konnte man halt zu der zeit noch nicht wirklich einordnen was es war du sagst die sachen flogen die um die ohren wie muss man sich das vorstellen das war schon so dass derjenige wütend geworden ist und das nach mir geworfen hat also nicht nur durch die gegend geworfen sondern ziel war schon nicht ich habe es nicht im zweifel nicht abbekommen aber ich war schon das ziel des ganzen seid ihr verheiratet gewesen oder nein nein ihr wart nur als normales paar zusammen nicht verheiratet ja wie ging es weiter es war jetzt sag ich mal nicht jeden tag dass es irgendwie sowas gab also die abstände waren zu anfang relativ wir auch noch weit auseinander würde ich mal sagen und das wurde ja immer massiver letztendlich die abstände wurden kürzer und ja sag ich mal dass er herumgeschrieben hat mich für irgendwas gemaßregelt hat etc ja das wurde immer mehr kannst du dich noch an deinen ersten gedanken erinnern der dir eingefallen ist als du gemerkt hast hier stimmt irgendwas nicht da kann ich mich ehrlicherweise nicht daran erinnern weil ich das auch eine ganze zeit überhaupt nicht einordnen konnte was das überhaupt für ein problem ist also es war jetzt nicht hatte nicht die normale das normale streitpotenzial dass man sich mal streitet es ist normal ist es konstruktiv gehört ja auch dazu sondern war es war es mehr als streit war es mehr als das also hast du nie das gefühl gehabt hier ist irgendwas was nicht normal ist also was weit über das maß eines normalen konstruktiven streites hinausgeht im nachhinein betrachtet schon aber also ich selber bin jetzt sag ich mal überhaupt kein streitsüchtiger mensch und habe in den ganzen sieben jahren unsere beziehung nicht einen einzigen streit angefangen das liegt mir irgendwie völlig fern und ja es ging schon über das normale maß hinaus und er wurde relativ schnell laut und irgendwann halt auch beleidigend in welcher form verbal mit schimpfwörtern was hat er gesagt blöde fotze keine ahnung sowas in der richtung also das ging zum teil dann auch schon unter die gürtelinie ja da hast du aber noch nicht gemerkt was was los ist auch nicht nach dieser verbalen nach diesen verbalen attacken sagen wir also an diese verbalen beleidigungen kann ich mich eher so aus den letzten jahren erinnern ob es gleich zu anfang so war das weiß ich ehrlicherweise gar nicht mehr und ich kann auch gar nicht so genau sagen wann es wirklich losging aber es war relativ schnell nachdem wir zusammengezogen sind das ja halt das ungewöhnlich war dass so schnell probleme auftraten wann nach dem beginn der beziehung hat das angefangen also unsere beziehung hat ja vor über sieben jahren angefangen und die ersten zwei jahre sind wir hatten wir eine wochenendbeziehung oder haben mal in urlaub zusammen gemacht und da gab es solche probleme eigentlich noch nicht also das ist wirklich erst nachdem ich vor fünf jahren hierher gezogen bin dann massiver geworden also nach zwei jahren ja so etwa nach zwei jahren vorher war nichts also nichts wo was mich davon abgehalten hätte dann hierher zu ziehen also wenn es jetzt vorher schon so extrem gewesen wäre hätte ich mit sicherheit nicht meinen job meine wohnung mein umfeld aufgegeben das heißt wenn ich dich richtig verstehe du bist wegen ihm von dein aus deinem heimatort weggezogen hast alle deine freunde alles das was dir lieb und teuer ist hinter 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 dir gelassen und bist deswegen zu ihm gezogen nicht ganz ich hatte meine heimat verlassen für meinen ex-mann und bin damals von mecklenburg vorporn nach schleswig-holstein gezogen war mit dem letztendlich ja auch eine ganz lange zeit zusammen wir haben irgendwann geheiratet von dem war ich allerdings auch schon mal irgendwann getrennt und nach der trennung blieben ehrlicherweise auch kaum noch freunde übrig weil es letztendlich alles seine freunde waren die dann auch meinten sich entscheiden zu müssen und eben ja jahrelang seine freunde waren und die dann auch blieben und ja ich hatte letztendlich zwei freundinnen aus der zeit zu denen habe ich natürlich immer noch kontakt hatte mir eine wohnung gesucht die nicht so schön war insofern war das jetzt nicht ganz so schlimm die aufzugeben und ja da ich bei der bundesbehörde arbeite war das natürlich meine bedingung auf jeden fall die arbeit dann nur zu wechseln wenn das funktioniert und das hat dann halt irgendwann funktioniert und dann bist du quasi zu ihm gezogen dann bin ich erst mal zu ihm gezogen also erste überlegung war dass wir zusammen gleich was neues suchen aber er war jetzt hatte eine ganz nette einiger wohnung ruhig gelegen und wohnte da schon eine ganze weile und dann habe ich gedacht na gut dann ziehe ich erst mal dazu dann gucken wir wie es ist und wir fangen nicht gleich ganz neu an du hast ja irgendwann den moment gehabt wo du sagst jetzt bist du hier beleidigt worden jetzt bist du beschimpft worden wie fühlt man sich in dem moment also sicherlich ist man traurig enttäuscht ja aber ich habe es nachhinein letztendlich nicht geschafft im ersten moment wo es ungut wurde wo die beladigung zu weit ging ja mich richtig zu wehren oder ja wirklich gleich zu gehen ja weil ich halt gerade wirklich eben hergekommen war noch keinen anderen kannte und das hat mich jahrelang auch solange ich niemanden hatte ja der mich da irgendwie rausgeholt hat das ganze im nachhinein betrachtet aushalten lassen kannst du dich noch an dein erstes gefühl erinnern nee nicht wirklich also wenn jetzt er hat dich jetzt beschimpft er hatte jetzt irgendwelche sachen die an den kopf an den kopf geworfen was was war denn der moment oder was ging in dem moment in dir vor also ich war bestimmt tief traurig und in der regel habe ich dann relativ schnell angefangen zu weinen aber ich bin jetzt halt nicht so der typ der dann sich irgendwie direkt wert rumschreit keine ahnung irgendwann ist das sicherlich auch mal vorgekommen dass ich dann eine tür geknallt habe wenn es zu doll war aber zu anfang habe ich das glaube ich eher immer nur still ertragen und habe geweint hat das weinen bei ihm eine reaktion hervorgerufen nein keinerlei nein leider nicht was ist er für ein mensch ja im ersten moment wie gesagt eigentlich lustig hilfsbereit und in dem moment das konnte ich halt zu anfang überhaupt nicht einordnen was was da in ihm vorgeht irgendwann fragt man sich auch ob man selber was falsch gemacht hat weil einem das ja ständig vorgeworfen wird ja ich kann es gar nicht so nun hast du die beleidigung erst mal hingenommen hast dir darüber gedanken gemacht aber dabei ist es ja nicht geblieben dabei ist es nicht geblieben was kam als nächstes was ist dir dann passiert also regelmäßig wurde er laut stundenlang laut hat rumgeschrien zum großen Rundumschlag ausgeholt was alles an mir verkehrt wäre und überhaupt verkehrt wäre und da wurden alle Sachen auf den Prüfstand gestellt es war letztendlich nachher irgendwann alles falsch an mir also das ging ganz langsam los alles was ich im Haushalt irgendwie gemacht habe war verkehrt und zum Schluss war es nachher tatsächlich so dass ich zu spät aufgestanden bin zu spät zur Arbeit gegangen bin zu spät natürlich wiedergekommen bin eigentlich nie irgendwas richtig gemacht habe ja und nachher ist man schon gar kein Mensch mehr und verändert sich natürlich auch du sagst gerade du hast dich verändert in welche Richtung ging diese Veränderung also ich bin ja sicherlich irgendwie ruhiger in mich gekehrter geworden also das hat sich jetzt auch im Gespräch mit einer Kollegin rausgestellt die mich eigentlich vor fünf Jahren als ich hergekommen bin noch als sehr lebenslustig ja klar ich bin hergekommen mit der Absicht hier zu bleiben hatte einen Partner und bin dann aber relativ schnell in mich gekehrt worden habe ja war war traurig sicherlich auch mal habe das versucht nicht nach außen zu zeigen aber es ist schon aufgefallen dass ich anders geworden bin und es konnte sich natürlich keiner einen Reim drauf machen hast du denn die Möglichkeit gehabt mit deiner Freundin darüber zu sprechen also zu der Zeit hatte ich ehrlicherweise keine so enge Freundin hier es gab wie gesagt eine Kollegin mit der ich ganz gut sag ich mal zurecht kam da war das aber jetzt noch nicht so dass man sich über private Dinge unterhalten hätte und ansonsten hatte ich ehrlicherweise erstmal überhaupt niemanden mit dem ich das hätte irgendwie besprechen können das heißt du hast keinerlei Möglichkeiten gehabt dir dein das erlebte von der von der Seele zu sprechen und mit jemandem darüber zu reden nein und meine Eltern wollte ich natürlich auch nicht damit belasten und das habe ich eine ganze Zeit ganz ganz alleine mit mir ausgemacht wie hält man das durch? ja ich habe es irgendwie ausgehalten und durchgehalten was also wenn man ich stelle mir das so vor wenn man permanent runtergemacht wird permanent diese Beleidigungen bekommt und permanent gesagt bekommt dass man eigentlich nichts wert ist das muss ja irgendwas mit einem machen was was ist in dem Moment mit dir passiert was hat es aus dir gemacht? also ich es hat sicherlich mein Selbstbewusstsein hat darunter gelitten also das hatte ich dann sicherlich eine ganze Weile nicht mehr so das ist also das hatte ich vorher definitiv aber das hat darunter gelitten weil man dann ja auch irgendwann glaubt man macht was falsch das redet einem derjenige ja ein ähm ja ich bin ruhiger geworden und war halt einfach auch nicht mehr glücklich und das hat man wahrscheinlich nach außen gesehen aber ja ich konnte mich halt niemandem anvertrauen ich stelle mir das total schwierig vor wie du hast vorhin gesagt du hast sehr oft geweint hat dich das dieses Weinen ein bisschen befreit hat es dir was gegeben oder war es einfach nur eine Reaktion auf die auf die Wut die du hast weil du dich dagegen nicht wehren kannst also es hat mir nichts gegeben es war einfach nur Wut Traurigkeit ja sag ich mal ja der Impuls den ich dann hatte und gegeben hat es mir nichts und ja irgendwie war ich dann froh wenn es wieder vorbei war und ja irgendwann denkt man es geht wieder vorbei und letztendlich hört es aber nie auf und es wird immer schlimmer hast du nie das Gefühl gehabt du musst dich dagegen wehren du musst irgendwas dagegen tun ja sicher habe ich versucht das Gespräch zu suchen ähm und war mir relativ sicher dass das so nicht richtig ist ähm aber ja bin da jetzt nicht so auf offene Ohren gestoßen das war jetzt aber nicht dieser Zustand den er dir gegen den er dir ähm den er dir gezeigt hat den er angewendet hat dir gegenüber war der abhängig von von hat er Alkohol im Spielen oder hat er es auch gemacht äh wenn er im ganz normalen Zustand wurde unter welchen Bedingungen ist das passiert unter welchen Bedingungen die er hatte ist das passiert also Streit ist auch entstanden wenn er keinen Alkohol getrunken hatte oder wenn er meinte dass irgendwas nicht richtig ist was er dann kritisieren muss ähm massiver ist es aber geworden wenn er Alkohol getrunken hatte gerade in den letzten zwei Jahren also sind die Attacken auf dich quasi immer dann passiert wenn Alkohol im Spiel war also auch körperliche Angriffe in der Regel ja wenn er Alkohol getrunken hat die ganze Zeit hast du ja nun erzählt du das war eher am Anfang eher verbale Richtung und irgendwann ist das Ganze aber auch körperlich geworden und wie sahen diese körperlichen Attacken gegen dich aus also was er ganz oft gemacht hat mich auf jeden Fall an den Oberarm gepackt und irgendwie geschüttelt vor Wut in der alten Wohnung wo wir gewohnt haben hat er mich auf jeden Fall auch schon mal vor die Tür geschubst mit allen möglichen Sachen auch Sachen vor die Tür geschmissen Schuhe nach mir geworfen gab es da an welchen Moment erinnerst du dich ganz extrem oder welcher Moment ist der Moment gewesen der dir ja richtig gezeigt hat jetzt ist eigentlich das Maß erreicht das Maß war eigentlich sicherlich schon lange erreicht aber ich habe das zu dem Zeitpunkt immer wieder mir gefallen lassen über mich ergehen lassen da war das Maß scheinbar irgendwie noch nicht voll aber also in einer Situation wo er mich wirklich vor die Tür gestoßen hat meinen Laptop vor die Tür geschmissen hat möchte hat auch erstmal bei Kälte eine ganze Welle draußen stehen lassen kann ich mich eigentlich noch relativ gut erinnern hat das nie jemand mitbekommen Nachbarschaft Freunde irgendjemand also zu dem Zeitpunkt haben wir in einer relativ rühigen Einlieger Wohnung wo gewohnt wo es scheinbar keiner mitbekommen hat wo ich aber jetzt im Nachhinein von dem Vermieter gehört habe dass der sehr wohl manchmal gehört hat dass es laut war und dass derjenige umhergebrüllt hat und das oft laut war der ihn wohl auch angesprochen hat aber ja letztendlich dann auch nichts unternommen hat Gewalt auf der sexuellen Ebene gab es nicht nein also also es gab eine Situation wo mir das Ganze dann nicht mehr ganz recht war vor knapp zwei Jahren aber dass das jetzt sag ich mal sexuelle Gewalt war würde ich so nicht sagen was ist da passiert na da wollte er schon mit mir schlafen und naja ich habe es dann wohl mehr oder weniger über mich ergehen lassen fand es aber nicht mehr wirklich schön hast du irgendwann den Moment gehabt wo du sagst jetzt muss ich mich jemandem anvertrauen ja den gab es dann vor knapp zwei Jahren und das hast du auch getan das habe ich auch getan wem hast du dich da anvertraut also auf jeden also es gab eine Situation wo er völlig betrunken aus einer Männerrunde kam und wo das nachts ziemlich dramatisch war und ja mir da die Decke weggezogen wurde ich dachte ich habe die Nachttischlampe gleich im Gesicht und er mich da so zwei drei Stunden in Schach gehalten hat aus dem Bett raus wieder ins Gästezimmer zurück Möbel gerückt keine Ahnung das war schon ziemlich massiv und ja dann habe ich am nächsten Tag wirklich gedacht das war jetzt irgendwie nochmal so eine Eskalationsstufe höher und habe dann seinen besten Freund ins Boot geholt Ok Der hat dir quasi geholfen oder hat sich deine Geschichte angehört Dem habe ich eine SMS geschrieben oder eine WhatsApp Die Nummer hatte ich noch irgendwo her das kam mir so als zweites in den Kopf nach irgendwie Opferhilfe weißer Ring also solche Gedanken hatte ich an dem nächsten Morgen schon da waren die Schacken irgendwie 50 50 dass derjenige gesagt okay das ist mein bester Freund lass mich in Ruhe der hat sich aber am gleichen Abend noch Zeit genommen und hat sich das Ganze angehört ja und hat im Prinzip mich seitdem bis zur Trennung begleitet hat er mit ihm gesprochen über dieses Thema oder hat er nur mit dir gesprochen nein er hat nur immer mit mir gesprochen hat sich ja mehr oder weniger die extremen Vorfälle sag ich mal die erst so im Abstand von einem Monat waren aber dann in kürzeren Abständen waren angehört ob nun manchmal auch mündlich eher per WhatsApp und wieder zurück und wusste eigentlich seitdem über alle Situationen Bescheid aber da sich mein Ex ihm gegenüber nicht geöffnet hat konnte er ja nur ja mir zwar glauben und versuchen zu helfen aber auch nur das was er bei uns vielleicht gesehen hat mit ihm besprechen was ihm dann natürlich auch aufgefallen ist aber er weiß jetzt halt erst nach der Trennung von ihm selber davon was mit dir zurückblickst hast du ja doch verhältnismäßig viel Gewalt in deiner Partnerschaft erlebt was was hat was hat für Auswirkungen auf dein Leben nach dieser Partnerschaft gehabt also es ist jetzt erst mal so dass ich in eine sehr schöne Wohnung gezogen bin mich da total wohl fühle sicher fühle froh bin dass ich wenn ich abends hier reinkomme die genauso ist wie morgens dass mir keiner vorschreibt wie ich was zu machen habe und einfach glücklich bin dass ich hier meine Ruhe bin keinen Angriffen mehr ausgesetzt bin das ist schon wirklich Lebensqualität wie lange seid ihr jetzt auseinander seit Juli diesen Jahres also ihr seid jetzt seit seit wie vielen Monaten seid ihr auseinander ich habe auch noch eine Hand wenn du eine Hand brauchst zum zählen ist gar kein Problem also seit über vier Monaten seit über vier Monaten hat sich hast du in dieser Zeit überlegt wie es weitergeht also zu Anfang habe ich ja erstmal den Entschluss nachdem es wieder einen körperlichen Angriff gab und eine ganz ungute Situation habe ich ja den festen Entschluss gefasst mich zu trennen nachdem ich das seit zwei jahre vorher nicht geschafft habe und seitdem habe ich dann Stück für Stück geplant relativ schnell ihm gesagt dass es jetzt so ist mir eine Wohnung gesucht und nach und nach Umzugshelfer und alles für die Wohnung geplant und bin dann von dem Weg auch nicht Es ist ja so dass in vielen gewaltbehafteten Beziehungen es nicht allen gelingt sich zu trennen warum ist es so schwer sich von einem gewalttätigen Partner zu trennen Die Frage muss ich mir sicherlich auch im Nachhinein stellen was mich das hat so lange aushalten lassen und warum ich nicht beim allerersten Angriff bei der ersten verbalen Attacke geschafft habe zu gehen bei mir war sicherlich ja der Fakt dass ich erst gerade hierher gekommen niemand anders hatte immer gehofft habe das hört wieder auf oder es war nur einmalig was es aber natürlich nicht geblieben ist ja und wenn man sich das hat ein zweimal gefallen lassen irgendwann denkt man man ist selber daran schuld und ja bis man das so für sich klar kriegt gerade sag ich mal diese überwiegende psychische dieser psychoterror der nachher fast täglich war das täglich anschreien ja das warum also ich kann mir das schlecht vorstellen deswegen muss ich dich da einmal fragen warum fühlt man sich als Opfer was du ja ohne Zweifel gewesen bist warum fühlt man sich schuldig warum hat man das Gefühl schuld daran zu sein wenn der andere einen verbal attackiert und auch körperlich attackiert weil der eine andere einem einredet dass man daran schuld ist und wenn man dieses oder jenes anders machen würde er eben gar keinen Grund mehr hätte laut werden zu müssen oder das und da hat man nichts gegen zu setzen ja klar wird man sich behauptet das Gegenteil versucht demjenigen in Momenten auch irgendwie den Spiegel vorzubehalten wenn er mal genau das gleiche macht was aber dann dazu führt dass das Ganze noch eskaliert ja irgendwann glaubt man dass man wirklich selber schuld ist bis man merkt dass es doch nicht so ist wie waren deine Beziehung vorher vor ihm also auf gar keinen Fall irgendwie von Gewalt geprägt mein Ex-Mann hat mich mehrfach betrogen immer mit Kolleginnen dann hatte ich mich das erste Mal von ihm getrennt dann bin ich zurückgegangen weil ich auch alleine war und niemand hatte was im Nachhinein betrachtet ein Fehler war dann ist es aber wieder vor gekommen und dann ja habe ich mich letztendlich endgültig von ihm getrennt und habe dann erst mal alleine gewohnt hast du eigentlich zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt jetzt muss ich mich wehren jetzt muss ich irgendwas tun jetzt muss ich irgendwas in meinem Leben ändern damit genau dieses Metirium aufhört das Gefühl hatte ich schon ganz lange aber ja ich hatte immer nie die richtigen Mittel also als diese Situation vor knapp zwei Jahren war wo das schon noch mal ziemlich massiv wurde was heißt massiv was ist da passiert ja das hat sich ja eben geschildert also das ging dann halt so eine ganze nacht wo ich dann auch schon schon Angst hatte und mich überhaupt nicht mehr wohl gefühlt habe und dann habe ich auch den Weg zu meiner Hausärztin aufgesucht die und der das geschildert die dann auch sofort sagte die müssen da raus und so schnell wie bei der war ich bei einem Termin die hat sich das auch angehört und mich gefragt was mich das aushalten lässt und mir gesagt dass ich oder dass sie mir erst helfen kann wenn ich ja da wirklich mich getrennt habe da raus bin warum ja weil in dem Moment konnte mir erst mal noch keiner helfen solange ich das ausgehalten habe also quasi haben sie gesagt du sollst die Beziehung beenden und danach kannst du die Therapie machen genau okay das war die einzige Therapeutin zu der da gegangen bist genau und letztendlich ist es dann auch so gewesen dass ich da das erste Mal ganz ja fest von der Trennung oder den Entschluss von der Trennung gefasst hatte und dass wir auch darüber gesprochen haben und letztendlich schon fast die Kündigung bei dem Vermieter abgegeben hätten man muss dazu sagen dass wir aus dieser kleinen Wohnung mittlerweile ausgezogen waren weil ich da immer noch glaubte vielleicht liegt das an der kleinen Wohnung an der Enge ich bin in sein Umfeld gezogen wir ziehen nochmal ein größeres Haus da haben wir mehr Platz da entspannt sich das Ganze vielleicht das hat es aber nicht getan im Haus ist es eher noch schlimmer geworden obwohl wir mehr Platz hatten aber diese Situation mit der Trennung die war auf jeden Fall schon als wir im Haus waren und da haben wir auch noch nicht lange da gewohnt ja und dann ist er nochmal vor mir auf die Knie gegangen und hat gesagt ja er merkt auch dass er wieder so hoch geht und er würde was dagegen tun würde einen Psychologen aufsuchen und er verspricht mir hoch und heilig er macht jetzt was dagegen das wird ganz anders und wir würden auch ein Codewort ausmachen und wenn ich merke das wird jetzt zu doll ja würden wir dieses Codewort oder soll ich dieses Codewort sagen zu dem ist es aber eigentlich das haben wir nie festgelegt und das hat im Nachhinein betrachtet hätte das wahrscheinlich auch überhaupt nichts geholfen es hat sich jetzt auch endgült herausgestellt dass er dem Psychologen anderthalb Jahre gar nicht erzählt hat was er für ein Problem hat nur von seiner schlechten Kindheit und dass er nachts nicht schlafen kann dass er aber gewalttätig ist das ist ihm erst nach der Trennung jetzt bewusst hat dem Therapeuten letztendlich gar nicht erzählt und insofern hat sich anderthalb zwei Jahre überhaupt nichts an der Situation geändert sondern es ist eher noch schlimmer geworden die Abstände sind kürzer geworden und die Gewalt hat zugenommen Hattest du irgendwann das Gefühl von Todesängsten dass dir irgendwas passiert was ganz ganz schlimme Auswirkungen hat auf deine Gesundheit und auf dein Leben bis jetzt nicht also es ist schon so dass er sag ich mal wie gesagt überwiegend mich verbal attackiert hat stundenlang angeschrien hat zum Beispiel im Auto gab es zahlreiche Situationen wenn wir im Auto saßen dass er mich zwei Stunden am Stück angeschrien hat hat mich aber auch körperlich angegriffen gewirkt am Oberarm gepackt gestoßen aus dem Bett gestoßen aber wenn wenn dich jetzt jemand wirkt ist das doch schon eine echt massive Geschichte das ist doch schon ja das macht man ja mit irgendeinem Ziel das macht man ja nicht weil man das toll findet sondern gerade was das Wirken angeht oder wie auch immer das ja doch schon in die Richtung geht dass man unter Umständen in Kauf nimmt das dem jenigen was wirklich ernsthaftes passiert ja aber in dem Moment war mir das also ich kann es ehrlicherweise gar nicht sagen man hofft immer nur dass es aufhört dass es zu Ende ist und aber Todesangst in dem Sinne hatte ich ehrlicherweise nicht aber du hattest schon körperliche Schmerzen nach diesen Eingriffen hatte ich und ich hatte auch blaue Flecken aber es ist halt nie so gewesen dass ich so diese typischen blauen Flecken im Gesicht hatte oder eine blutige Nase wo vielleicht auch schon mal jemand anders in meinem Umfeld eher darauf gekommen wäre mich darauf anzusprechen die hatte ich immer irgendwo wo sie keiner gesehen hat ganz typisch auch immer so vorne am Brustkorb eine Zeit lang habe ich immer gedacht das ist irgendwie die Faust die in seine ersten Wut gegen meinen Brustkorb geht aber es war eigentlich immer ja hast hast du heute nach dieser Zeit nachdem ihr euch getrennt habt noch Kontakt ziehen ja zwangsläufig weil ich als ich mich zu der Trennung entschieden habe oder dass wir zusammen das Haus erst kündigen konnten zu Ende Oktober und da waren jetzt noch ein paar Sachen zu regeln wo ich immer noch gewillt bin das friedlich zu regeln was aber nicht immer möglich ist also eine ganze Zeit wo er hoffte dass er mich noch halten kann zurück holen kann war es einigermaßen möglich mit ihm zu sprechen er hat jetzt auch tatsächlich in der Therapie angefangen hat erkannt dass er Gewalttäter ist arbeitet das Ganze hoffentlich jetzt für sich auf wollte natürlich auch gerne dass er das was er gelernt hat jetzt an mir nochmal testet und mir zeigen dass es ja auch besser geht was ich natürlich nicht mehr möchte da war er eine ganze Weile jetzt wirklich ruhig man konnte vernünftig mit ihm sprechen er war eher so weinerlich aber mittlerweile schlägt das Ganze wieder um und ja wenn man dem was ich so in Vorhand dazu gelesen habe Glauben schenken kann ist die ganze Geschichte ja möglicherweise auch noch nicht zu Ende und das ist tatsächlich so eine Spirale die man da wirklich nachvollziehen kann also es fängt langsam an es wird die Abstände werden kürzer die Gewalt wird massiver und ja im Zweifel ist das halt wirklich noch nicht das Ende der Fahnenstange darüber bin ich nicht klar hast du Angst davor ja und hast du eine Möglichkeit zu reagieren auf diese vorstehende Angst eventuell die auf dich zukommen könnte also ich habe ja jetzt genug Zeit darüber nachzudenken weil zu allem Unglück bin ich jetzt in meiner eigenen Wohnung noch die Treppe runter gestürzt vor sechs Wochen habe mir die Schulter ausgekugelt hatte eine Hüftprellung war schon zweimal im Krankenhaus bin immer noch nicht ganz fit und ja habe natürlich dadurch sind natürlich auch Wunden wieder aufgerissen zumal meine Hausärztin die davon weiß gedacht hat dass ich nicht alleine die Treppe runter gefallen bin auch im Krankenhaus wurde gefragt ob ich wirklich alleine die Treppe runter gefallen bin und das reißt natürlich nochmal das eine oder andere auf aber ich denke ich bin jetzt auf einem ganz guten Weg das Ganze aufzuarbeiten spreche viel darüber ja und denke dass ich mir da auf jeden Fall zumindest Präventiv Hilfe holen werde also meine Chefin hat mir zum Beispiel angeboten von einem befreundeten Polizisten der in dem Bereich arbeitet einen Kontakt herzustellen und das werde ich definitiv machen wenn ich wieder arbeiten kann dass ich da Kontakt aufnehme und gucke was ich präventiv machen kann meine Nachbarin weiß Bescheid also wenn die denjenigen hier sehen würde oder spätestens wenn ich das Auto hier sehe oder er vor der Tür steht ja dann wird mir doch ein bisschen komisch und ja ehe es jetzt sag ich mal zu einer einstweiligen Verfügung kommen muss die dann sowieso nicht hilft würde ich mal gucken dass ich mich da vorher vielleicht schon ein bisschen informiere das heißt du hast Rückendeckung wenn irgendwas passieren sollte ja hast du gewusst dass es ein bundesweites telefon gibt ja das weiß ich also das telefon hatte mir die traumatherapeutin letztes jahr auch benannt und sie hatte mir auch eine beratungsstelle vor ort benannt bei der ich auch schon mal angerufen habe die mich auch schon mal telefonisch beraten haben wo ich auch jederzeit mich wieder hinwenden könnte die aber erstmal in der Regel wirklich nur die opfer betreuen die dort gemeldet worden sind wenn die polizei wirklich zu hause angerückt ist und dann halt der beratungsstelle die daten des opfers benennen und die betreuen halt im prinzip wirklich die jenigen die schon von der polizei dort gemeldet worden hast du nie den drang gehabt die polizei anzurufen nein habe ich nicht im nachhinein die hätten dir natürlich erstmal helfen können also es gibt ein bundesweites telefon mit der nummer 08000 116016 an das man sich wenden kann es gibt auf der homepage der in dieser dieses bundesweiten telefon ist auch die möglichkeit einen chat zu betreten einen anonymen chat es gibt die frauenhaus alternative und es gibt natürlich für alle Fälle immer die polizei die auf jeden fall einem erstmal helft bei der ganzen geschichte nun ist es so du hast jetzt diese beziehung hinter dich gebracht und gibt es irgendwann die möglichkeit ihm zu verzeihen nein kannst du denn nach dieser schmerzhaften erfahrung dich auf jemand neues einlassen gibt es partnerschaften wo du die vorstellen kannst wieder in eine beziehung zu gehen ohne angst haben zu müssen also ich kann mir schon vorstellen ohne angst in eine beziehung zu gehen und bin mir auch relativ sicher wenn ich sowas wieder erleben würde entweder also ungut angepasst angepasst werden sowieso schon mal gar nicht aber selbst wenn ich jetzt jemand verbal attackieren würde wäre ich weg oder der jenige also das da bin ich mir relativ sicher dass mir das so noch nicht noch passiert also das kleine tipp was ich dir mitgeben kann ist setz dir ein limit das gilt nicht nur für dich das gilt für alle anderen auch dass man sagt bis dahin darf derjenige gehen das bis dahin ist erlaubt und alles was über dieses Limit hinaus geht da ist die Tür und macht sie von außen zu und das darf man ruhig mit absoluter vehement durchziehen und wenn einem das allein nicht gelingt darf man sich ruhig Hilfe holen bei der ganzen Geschichte was rätst du anderen Betroffenen um diese schmerzhafte Erfahrung zu verarbeiten also wenn man die Möglichkeit hat auf jeden Fall Freunde mit einbeziehen versuchen bei denen Hilfe zu holen und wenn es richtige Freunde sind beschäftigen die sich mit dem Thema und wissen auch dass man es vielleicht nicht sofort schafft die stehen aber hinter einem und sind dann parat wenn es wirklich losgeht und warten so lange bis man selber wirklich erst soweit ist also klar gibt es ganz viele die sich nicht vorstellen können aber echte Freunde beschäftigen sich mit dem Thema und wissen dann dass es ja wie gesagt im Durchschnitt bis zu sieben Versuche dauert bis man das schafft zu gehen leider ja ja vielleicht ja eher als ich eine Beratungsstelle aufsuchen dieses Telefon nutzen und ja wenn man es gut wenn man erstmal in der Situation ist sich das hat mehrmals gefallen lassen ist es sicherlich nicht mehr so einfach zu gehen aber ja eigentlich beim ersten Mal gehen Ja auf alle Fälle zumindest irgendwas tun um aus dieser Spirale rauszukommen ja was wünschst du dir für deine Zukunft ja ich würde auf jeden Fall wieder lachen wollen leben was ich eine ganze Zeit glaube ich nicht wirklich gemacht habe klar haben wir uns Urlaube gegönnt wir haben uns schöne Sachen gekauft aber mehr so als Ersatzbefriedigung sag ich mal jetzt und auch jeder Urlaub war nicht schön und es gab da auch eine gute Situation aber ich würde schon wieder gerne leben wollen was natürlich in der jetzigen Situation ein bisschen schwierig ist mit Corona und auch irgendwann wieder leben natürlich ja diese Corona Geschichte wird ja irgendwann hoffentlich mal bald mal vorbei sein und ja ich drücke dir auf alle Fälle die Daumen dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen und dass du in Zukunft eine gewaltfreie Beziehung führen kannst ich danke dir dass du dir für Halbzeitgedanken die Zeit genommen hast um uns deine Geschichte zu erzählen um uns daran teilhaben zu lassen und wenn ihr auch einmal Gast in meiner Sendung sein wollt dann schreibt mir unter mail at halbzeitgedanken .de bis dahin bleibt gesund und munter tschüss euer Frank euer Frank und tschüss tschüss h tschüss Bis zum nächsten Mal.